Ein schwerer Fall für Kommissar Chris, so lautete der Titel der Folge 11 meiner Serie Zeig mir dein PV-Angebot. Ich habe in der Folge das Angebot vom Kommissar Chris auseinandergenommen, der übrigens sogar Hauptkommissar ist, glaube ich, und habe euch dann so ein bisschen vorgerechnet, wie sich das wohl rechnen wird. Das war eine meiner frühen Folgen aus der Serie. Das sehen wir gleich auch noch ein paar an ein paar Stellen, weil ich so ein paar Sachen aus der alten Folge hier auch noch mal zeigen möchte. Aber gut, wir gucken uns das jetzt noch mal zusammen so ein bisschen an und was ist denn da jetzt passiert als kleines Update, damit ihr auch mal seht, was denn aus den PV-Planungen geworden ist, die ich so in früheren Zeiten gemacht habe. Gut, und damit... Moin Moin, hallo Leute, hier ist wieder euer Thorsten aus Weißnichts Welt. Und bevor ich mit dem Video beginne, möchte ich mich noch ein bisschen bedanken. Ich habe irgendwie, weiß ich auch nicht, keine Ahnung, mich jetzt zwei, dreimal gar nicht bedankt. Tut mir auch leid, aber das wollen wir jetzt mal eben nachholen. Und der erste Fall ist schon schwer. Gregors oder Gregor oder Gregors, keine Ahnung. Beim Benjamin, beim Bernhard, beim Christian Jörg und beim Michael, die mir alle über Paypal, der Link ist ja immer in der Videobeschreibung, kleine Geschenke gesendet haben oder auch etwas größere in einem Fall. Ich danke euch allen für die Unterstützung meines Kanals. Finde ich toll, dass ihr meine Arbeit gut findet und das ein bisschen unterstützt. Okay. So, und dann ein bisschen zur Vorgeschichte, damit ihr euch... Ihr könnt euch natürlich die Folge 11 gerne nochmal anschauen. Ich habe es dir ja oben verlinkt. Ähm... Nochmal zur Vorgeschichte vom Chris. Der Chris hat mich im November oder Dezember. Ich meine im November 2021 angeschrieben und, äh, hat mich um Hilfe gebeten. Er hatte dann PV-Angebote oder hatte zwei PV-Angebote, die preislich, sagen wir mal, im oberen Bereich lagen. Ist ja oft so, wenn ich angeschrieben worden bin oder war oft so oder eigentlich meistens so, dass meistens nur die mich anschreiben, die ein Angebot haben, das weit außerhalb jeder normalen, äh, jeder normalen Größe liegt. Und da war es dann auch so. Das war auch noch die Zeit, da hatte ich noch nicht mal, äh, mein Ich-Bau-PV-Mitglieds-Beratungsding. Also, oh Gott, Mitglieds-Beratungsding, das ist auch ein tolles Wort. Ja, ihr wisst ja, wenn ihr heute so eine Beratung haben möchtet und Angebote über meinen Kanal und dergleichen müsst ihr Mitglieder bei Ich-Bau-PV werden, damit ich euch helfe oder damit ich euch helfen kann, damit das ein bisschen geordneter passiert, als das früher war. Gut, aber Chris war noch, äh, davor, weit davor und, äh, hatte dann ein Angebot bekommen über 38 Module, das ich ihm mehr oder weniger auch vermittelt hab damals. Und, äh, ja, dann zog es sich halt. Also, ähm, ich hatte das Video, glaub ich, schon gemacht, dann kam erst die Besichtigung, dann haben die also im März, äh, 22, haben die dann eine Besichtigung gemacht und die Baustelle besichtigt. Dann ging's erstmal einigermaßen zügig, die Module wurden im Mai angeliefert und, äh, und dann auch gleich ziemlich schnell verbaut. Ich zeig euch gleich auch noch Bilder davon. Dann, ähm, passierte erstmal eine lange Zeit gar nichts, es gab wohl keine Wechselrichter, er hat SMA-Wechselrichter oder hat einen SMA-Wechselrichter und irgendwie gab's den dann nicht oder war nicht lieferbar und es wurde dann verhandelt und, äh, naja, also Chris hat dann auch nochmal ein bisschen die, den Preis runter verhandelt, weil er jetzt so lange warten musste und, ähm, naja, gut, der ursprüngliche Plan war, dass er 38 Module bekommen soll, der hat dann am Ende 40 bekommen und auch zu einem relativ sehr guten Preis. Wenn ihr den heute seht, dann kriegt ihr das, kriegt ihr das kleine Weinen vielleicht, kann sein. Wir haben zwar solche Preise teilweise jetzt auch schon wieder, aber wenn man jetzt die Hochpreisphase, die sich ja jetzt langsam senkt, äh, mal wegnimmt, dann, äh, ist das schon ein sehr, sehr, sehr guter Preis. Dann wurde die Elektroinstallation endlich gemacht im Oktober, also erst im Oktober, äh, 2022 und, äh, danach wurde dann noch gewartet und die Inbetriebnahme ist erst, ähm, oder die Fertigstellung mit Inbetriebnahme ist erst im Januar 2023 passiert. Logischerweise, weil man dann natürlich gesagt hat, dann wollte man die Mehrwertsteuer da raus haben und, äh, ja, das macht ja dann auch Sinn. Und dann hat man das erst im Januar 2023 fertiggestellt, damit dann auch die Inbetriebnahme im Januar 2023 liegt und die Mehrwertsteuer nicht mehr anfällt. Und so hat sich dieser Fall also mit all seinen Ermittlungen und seinen, äh, Feststellungen vom Dezember 2021 bis zum Januar 2023 gezogen. Witzigerweise ist das jetzt teilweise bei einigen Zuschauern schon wieder so, die ja so Angebote irgendwie im Sommer bekommen haben, wo also die Bauzeit tatsächlich, äh, schon in 2024 liegt. Also, äh, das war jetzt eine Ausnahme in dem Moment und ist jetzt heute schon wieder teilweise Regeln, weil einige Installateure total vollgeballert sind mit Aufträgen. So, aber wie gesagt, hat sich einiges geändert. Ich möchte euch nochmal meine erste Rechnung aus dem ersten Video zeigen von damals. Das ist diese gewesen. Man sieht, damals habe ich also auch noch nicht mal das Excel benutzt. Das war noch bevor ich das gekriegt habe. Da war erst geplant, wie gesagt, 15,2 KWP, die 17.295 Euro kosten sollten. Der Eigenverbrauch steht hier ja alles. Damals war der Bezugsstrom auch noch billiger. Ja, und man hat die Amortisationszeit trotz des niedrigen Bezugsstrompreises, aber eben auch wegen der niedrigen EEG-Vergütung, war die Amortisationszeit 13,4 Jahre, die ich seinerzeit berechnet habe. Gut, das hat sich jetzt ein bisschen geändert. Also, er hat, wie gesagt, recht gut verhandelt und hat auch eine etwas größere Anlage bekommen. Wir wollen da mal eben reingucken. Das ist also die, jetzt muss ich mal wieder das mir selber vorholen, die neue Abrechnung. Er hat also statt 15,2 hat er noch zwei Module mehr gekriegt. 16 KWP für 17.373,50 und hat eine Ertragsprognose von 13.600 Kilowattstunden. Ich habe den Strompreis mal auf 35 Cent gesetzt. Das ist ein, ja, im Moment ist das schon wieder fast zu teuer, aber es ist ein durchschnittlicher Strompreis, der also die nächsten zehn Jahre wohl ungefähr so sein könnte über den Schnitt. Und wir dürfen ja jetzt auch nicht mit zu wenig rechnen. Das ist auch, machen auch ja mal einige den Fehler. Die rechnen jetzt dann mit 29 Cent oder mit 28, weil das gerade so ist. Und dann demnächst wird es dann wieder mehr. Ich habe jetzt hier 35 Cent mal angesetzt. Kann auch sein, dass er einen Tacken weniger bezahlt. Dann dauert die Amortisation ein bisschen länger. Die Vergütung ist ja klar. Er kriegt eine Mischvergütung von 7,79 Cent pro Kilowattstunde eingespeist und sein Stromverbrauch ist hoch mit 5.700 Kilowattstunden im Jahr. 40 Prozent Autarkie. Also die Autarkie ist auch etwas gestiegen. Die war 38 in der ersten Rechnung. Liegt eben daran, dass er jetzt ganz ein bisschen mehr Module hat und damit steigt auch gleich die Autarkie. Eigenverbrauch werden 2.280 Kilowattstunden sein. Kann er natürlich noch ein bisschen optimieren. Ist ja klar, wisst ihr ja auch, wenn man alles ein bisschen so programmiert zu Hause. Waschmaschine und dergleichen. Er ist ja auch, weil er, ich glaube, er hat Schichtdienst, dann kann er natürlich auch öfter mal am Tag was verbrauchen. Ich glaube auch, dass da inzwischen ein Elektroauto gekommen ist, aber das will ich jetzt nicht beschwören. Deswegen, ich habe das hier normal ohne Elektroauto gerechnet. Das kann er mir dann irgendwann nochmal mitteilen. Aber letztlich ist es auch nicht wieder. Kann er ja unter das Video schreiben. Chris, schreib mal unter das Video, ob du inzwischen ein Elektroauto hast. Ich meinte, da war was. Also Einspeisung wäre nach diesem Modell 11.320 und der Ertrag 881,55 durch die Einspeisung und 978 durch den Eigenverbrauch. Ertragswert im Jahr 1.679,55 über 20 Jahre 33.590,90 über die Laufzeit 16.217,40 und 10,34 Jahre ist die neue berechnete Amortisationszeit. Also ungefähr die halbe Laufzeit. Jetzt wundert ihr euch vielleicht, er hat hier für 16 kW P 17.373,50 bis also knapp über 1.000 Euro, nicht ganz 1.100. Er hat keinen Speicher genommen. So, woran liegt das? Natürlich ganz klar in der Ursprungsrechnung stand es auch noch drin, die Mehrwertsteuer. Als wir noch Mehrwertsteuer auf den Eigenverbrauch bezahlt haben und die Speicher waren auch in 2021, 2022 noch teurer als heute, dann hätte sich der Speicher einfach nicht gelohnt. Deswegen haben wir seinerzeit in der Planung den Speicher rausgelassen. Das hat den Vorteil, dass er auch nur einen Wechselrichter braucht. Er kann also die 16 kW P an einen Wechselrichter anschließen. Und ich weiß auch gar nicht genau, was es überhaupt für ein Wechselrichter geworden ist. Moment. Genau, er hat einen 15 kW Wechselrichter bekommen. Und er hätte sonst natürlich einen hybriden und einen zusätzlichen Wechselrichter gebraucht. Das wäre natürlich teuer gewesen. Plus eben noch den Speicher. Und das eben mit versteuertem Eigenverbrauch hätte sich einfach nicht gelohnt. Durch die steuerliche Veränderung in 2023 lohnen sich Speicher ja oft doch schon wieder. Wisst ihr, habe ich ja schon erzählt. Bei so einer Anlagekonstellation, wo es also knapp drüber ist, dass man also gerade deswegen noch einen neuen Wechselrichter braucht, da kann das auch schon wieder ein bisschen anders sein. Aber gut, das muss jeder für sich selber berechnen. Und gut, die meisten nehmen ja heute den Speicher, weil sie ihn gerne haben wollen. Ach ja, die Rechnung habe ich jetzt gar nicht gezeigt. Die zeige ich nochmal ganz kurz rein. Also Auftragswert von 18.290. Er hat nochmal einen Rabatt von 117 Euro bekommen. Und 17.373,50 ist der Rechnungsbetrag. Man muss natürlich jetzt überlegen auch, er hat natürlich gleichzeitig ist auch die Mehrwertsteuer komplett weggefahren. Also im Endeffekt ist das nicht mal unbedingt billiger als das erste Angebot, weil ja da noch die Mehrwertsteuer drauf war. Aber gut, er hat insgesamt bezahlt eben 17.373,50. Was für die Größe der Anlage natürlich. Ein guter Preis ist. Muss man natürlich auch so sehen. Okay, dann wollen wir uns aber nochmal eben zum Abschluss die Anlage auch anschauen. Was das dann jetzt geworden ist, beziehungsweise ein bisschen den Werdegang habe ich auch dabei. Zeige ich euch mal. Hier ist jetzt gleich ein Bild vom Gerüst. Da muss ich nochmal eben dazu sagen, wenn ihr mir Bilder schickt, wisst ihr ja, filmst du quer, siehst du mehr. Man sieht das jetzt auch, dass ich so ein bisschen hier, muss ich mich mal so ein bisschen hier in die Mitte nehmen. Ist ja auch nicht schlimm. Und dann können wir das mal ein bisschen durchgehen hier. Also das ist wie gesagt Gerüstaufbau. Da ist das Gerüst auf der einen Seite schon gestellt und die sind auf dem Dach und schieben die Pfannen hoch und machen die Haken daran. Und dann ist hier schon die fertige Modulgeschichte auf der Seite. Man sieht halt auch sehr, sehr schön, dass das kein einfaches Dach ist. Also hier um die Fenster umzu und um den Schornstein umzu. Und dann ist es auch nur eine Doppelhaushälfte. Die Firma, die es gebaut hat, weiß jetzt gar nicht, den Namen sage ich jetzt nicht, aber ist eigentlich ziemlich eindeutig. Kommt man auf der Rechnung schon ein bisschen sehen, wenn man die blauen Ränder gesehen hat, wer es gewesen ist. Er baut tatsächlich im Moment, glaube ich, keine Doppelhaushälften mehr, weil denen das schon wieder zu aufwendig ist inzwischen. Gut, das ist mal eine Dachansicht der gesamten Anlage. Man sieht also auch auf der anderen Seite ist hier um Fenster gebaut und und und. Ganz einfach ist es nicht, aber sie haben es hingekriegt. Sieht auch ganz ordentlich aus. Wobei ich bei den Vertex-Modulen, das sind die Trina Vertex, immer ein bisschen lustig finde, dass dieser Streifen hier ist. Den finde ich immer irgendwie ein bisschen witzig, weil der auch asymmetrisch, nicht in der Mitte, sondern irgendwie durch die Fünferteilung ein bisschen zu einer Seite rutscht. Aber naja gut, es ist aber okay. Sieht auch ordentlich aus und da muss man sich auch um diese Streifen, macht man sich am Ende ja auch keine Gedanken. Es gibt ja inzwischen aber auch einige, die wollen ja nur noch Full Black, weil das ja, ja die Optik, die Optik. Chris, es ist wichtig, dass Strom rauskommt und das kommt schon, das läuft jetzt schon relativ gut. Nun, hier ist mir aufgefallen, das eine Modul, das hätten sie irgendwie noch einen Tacken hochschieben können, auf der einen so ein bisschen drehen können. Das sieht ein bisschen komisch aus hier, der Rand, aber naja, von oben kommt nur die Bundeswehr und die Hubschrauber und da interessiert es da wahrscheinlich auch nicht. Man sieht es von unten wahrscheinlich nicht. Aber wenn man so drauf guckt aus der Drohnenperspektive, fällt schon auf, dass das Modul nicht ganz ordentlich liegt. Naja, aber wir meckern hier immer auf hohem Niveau rum. Wenn die da auf dem Dach sind, sehen sie es vielleicht tatsächlich nicht, dass sie da irgendwie gerade so ein bisschen, ja, nicht ganz perfekt sind und was soll's. Ist auch nicht schlimm. Hier sieht man das alles nochmal im Überblick. Wie gesagt, sind jetzt statt 38, 40 Module geworden. Eine schöne große Anlage. Das war der Sicherungskasten, bevor montiert worden ist. Und dann ist das hier einmal komplett aufgerissen. Auch hier wieder bitte nächstes Mal, wenn jemand mir Bilder schickt, immer möglichst im Querformat fotografieren, damit ich das schöner hier reinkriege ins YouTube. Aber das ist eben dann, man sieht dann hier doch schon eine ganz schöne Bastelei, die SLS und 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 da reinzubauen. Und hier ist dann das APZ-Feld gekommen. Und ja, gut, ist eine ordentliche Installation, kann man nicht sagen. Hier ist der Wechselrichter. Eine Sunny Tree Power 15.000, glaube ich, ist das oder so. Irgendwie 15.000. Ich muss mal eben nochmal gucken. Moment. Ein Sunny Tree Power 15.000 TL30. Was immer das bedeutet. Da kennt Martin sich wahrscheinlich besser mit aus. Er hat übrigens auch, er sollte eigentlich, jetzt muss ich nochmal gucken, ob er es überhaupt gekriegt hat, eigentlich auch einen Sunny Home Manager haben. Ist der da oben drin? Ja, ist der oben drin. Da sitzt er. Und so, dass das dann auch alles immer schön dokumentiert und gemessen werden kann. Gut, das soll es auch schon fast soweit gewesen sein. Denkt mal eben dran, immer die, die noch nicht haben, den Kanal zu abonnieren, damit wir mal endlich die 15.000 Abonnenten schaffen. Und natürlich die Glocke betätigen, damit ihr keine Videos verpasst. Und wenn euch das, wenn euch die Anlage vom Chris gefällt, gebt dem Chris doch mal einen Daumen hoch für dieses Video oder für die Bilder, dass er das alles geschickt hat, finde ich schon. Und ich bedanke mich bei dir, Chris, fürs Schicken der Bilder. Und ich gratuliere dir natürlich zu deiner neuen PV-Anlage. Wenn ihr dem Chris auch was sagen wollt, könnt ihr es gerne unter das Video schreiben und kommentieren. Wie findet ihr die Anlage? Hättet ihr irgendwas anders gemacht? Hätte der Speicher unbedingt sein müssen? Oder hätte man das nochmal umplanen müssen durch die lange Zeit? Wobei gut, im Januar hätte man da nicht mehr viel umplanen können. Die Anlage war fast fertig, wurde im Januar nur noch so ein bisschen was. Ich glaube, der Home Manager ist erst im Januar reingekommen und ein paar Kabel noch und so. Aber die Fertigstellung war dann ja halt, wie gesagt, damit es steuerbefreiend ist, dann auch erst im Januar. Gut, also wie gesagt, ihr könnt gerne nochmal ein bisschen was kommentieren und dem Video einen Daumen hoch geben. Und in diesem Sinne, ciao, ciao!